Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Gemeinsam Mehr, deinem Podcast fürs empathische Miteinander. Dem ersten Podcast im deutschsprachigen Raum, wo ich mit meinen Gästen zusammen erstmal auf ganz tiefer, persönlicher Ebene miteinander empathisch connecte und Themen und Inhalte sich erst dadurch dann wirklich zeigen. In jeder Folge wird in der zweiten Hälfte dann tatsächlich der Expertenhund aufgepackt und wir besprechen dann, was sich gezeigt hat und du kriegst Ideen für deinen eigenen Alltag. Diese Folge ist absolut genial, super dicht und voll gepackt mit einem wundervollen und richtig tollen Menschen, Tilman Krakau. Er ist Kommunikationstrainer und Coach auf Basis der gewaltfreien Kommunikation, jetzt gerade noch im Pre-Assessment und ab Januar 2023 dann zertifizierter Trainer nach dem CNBC. Falls du nicht weißt, was das bedeutet, ich werde unten ein paar Informationen in die Show-Anons mit reinpacken. Tja, ich habe Tilman kennengelernt bei einem gewaltfreien Kommunikationskongress, wo er Speaker war, wo er einen Workshop gegeben hat und ich mir dachte, wow, diesen Menschen möchte ich mal dabei haben, weil ich habe selten einen Menschen erlebt, der so vielseitig und sich darüber auch bewusst ist in seiner Kommunikation, in seinem Erleben, in seinem Miteinander mit anderen Menschen. Und ich glaube, dass du das in dieser Folge sehr, sehr, sehr schnell auch mitbekommen wirst. Und diese Folge ist vollgepackt mit natürlich unseren persönlichen Gegenständen. Wir schwingen miteinander und du erlebst wirklich mal zwei Perspektiven, sowohl mein Gegenstand als auch Tilmans Gegenstand, wo wir wirklich sehr empathisch uns begleitet haben. Wirklich, wirklich wundervoll. Und dann eine geballte Wagenladung in der zweiten Hälfte an, konkreten Ideen, wie man gewaltfreie Kommunikation im Alltag umsetzen kann, mit praktischen Beispielen. Wir reden nochmal über die Grundhaltung der gewaltfreien Kommunikation, über Schritte, über, ja, wie auch unser persönlicher Weg dahin gewesen ist und wie wir im Endeffekt jetzt schaffen und auch immer wieder schaffen, uns diesen Druck zu nehmen, da irgendwas abliefern zu müssen. Und ich finde, das ist auch einfach ein wunderbares Sternzeichen für diese Folge. Ruh dich aus, leh dich zurück und ja, genieß die nächsten eineinviertel Stunden, glaube ich. Mehr möchte ich nicht zu sagen. Wird eine tolle Folge. Alles klar und bis gleich nach dem Intro. Hallo Tillmann, schön, dass du da bist. Hallo Andi. Wir haben gerade schon beim Check-In gemerkt, Mensch, wir freuen uns auf die Folge und wir haben eine sehr entspannte Atmosphäre schon. Also, ich glaube, das merkt man auch schon. Du hast, ich finde, du strahlst so eine Ruhe aus, die du direkt in die Folge mit reinnimmst. Jetzt komme ich mir als derjenige vor, der schon himmelig ist. Also, sehr, sehr spannend. Ich freue mich sehr auf die Folge. Ja, du, ich habe dich gerade im Intro schon vorgestellt. Jetzt würde ich gerne in die Folge starten, wie immer mit meinen Gästen einmal kurz zu fragen. Tillmann, wie geht es dir heute? Wie bist du gerade aufgestellt? Vielleicht heute oder so zum Ende des Jahres hin? Also, vielleicht sage ich erst mal, wie es mir jetzt in diesem Moment geht. Ich bin voll aufgeregt und gleichzeitig voll ruhig. Also, du hast völlig recht, ich ruhe wirklich gerade in mir. Und gleichzeitig bin ich voll, also, ich bin immer nicht so ganz sicher, ob das an dem ersten Kaffee liegt, dass mein Herz so schlägt. Tendenziell schon. Prost. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass, ja, so dieses, es gibt diesen Satz, der ist so krass kitschig, aber Applaus, also, ne, wenn du merkst, dass dein Herz schlägt, dann ist es der Applaus für das, was du gleich tun wirst. Und, also, so diese, 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 diese ein bisschen Aufregung und ich glaube, dieses über gewaltfreie Kommunikation in der Anwendung sprechen oder sie einfach anwenden ist etwas, was mir halt voll am Herzen liegt. Und ich finde es voll krass, dass ich so aufgeregt bin, weil eigentlich am Setting nichts anders ist. Ich sitze hier gefühlt jeden Tag, leite irgendwelche Trainings und so weiter und trotzdem ist es so, obwohl wir im 1 zu 1 sind und ansonsten häufiger mehr Menschen dahinter, hinter ihren Kameras sitzen, ja, bin ich gerade doch irgendwie aufgeregt, weil es ein Stück weit was anderes ist. Und, ja, ich bin, ich bin aber auch irgendwie gut drauf. Im Check-in habe ich gerade noch gesagt, dass es gerade so gegen Ende des Jahres mit dieser aufkommenden Dunkelheit, ey, und wir haben immer noch fast drei Wochen, in denen es noch dunkler wird. Also, so dieses Einkehren, es gibt bei mir ganz viel so eine krasse Sehnsucht eigentlich, in so eine Art Winterschlafmodus zu gehen, gerade weil unsere Tochter, die neun Monate alt ist und wir in unserer Beziehung dadurch nochmal in diesem Jahr einerseits so krass viele Umbrüche erlebt haben, also vor allem diesen Umbruch der Geburt, aber auch diesen Umbruch, welche Rollen haben wir in der Partnerschaft, Vater, Mutter sein, die eigenen Bedürfnisse, bemerken, die ganzen Jonglieren und so dieses, diese, diese ganze Aufregung, dieses viele Ringen um gute, Lösungen zusammengezogen, Umzug gemacht, neues Büro bezogen und so weiter und so fort. Also, ich merke, dass diese ganzen Umbrüche, Umstrukturierungen und die Anstrengungen dieses Jahres jetzt eigentlich so, wie so sich legen wollen, wie bei so einem Glas, was man schüttelt und dann regnet der Schnee um den Schneemann, die Schneefrau wieder so runter und dann ist so eine Ruhe da und ich merke aber, dass es gerade in meinem Leben, gerade in meinem Berufsleben immer wieder Momente gibt, wo dieses Glas wieder geschüttelt wird. Und ich merke, es gibt wie so zwei Seelen in meiner Brust. Die eine, die ganz riesig Lust hat auf Ruhe und Einkehr und Dunkelheit genießen und so, Kerze anzünden. Und dann gibt es aber diesen anderen Bereich, der immer wieder so sehr fokussiert, strukturiert denkt und in die Präsenz geht, in dieses, in dieses, wie das so ist, wenn Menschen mit anderen Menschen arbeiten. Es braucht ja irgendwie immer so ein bisschen sowas Öffnendes und sowas Energie reingebendes. Und es ist wie so, beide Seelen sind gerade da und ich glaube, das ist auch das, wie ich gerade hier einchecke mit dir, dass ich einerseits diese tiefe Ruhe habe und gleichzeitig das, was wir hier machen, dieses Glas gerade wieder schüttelt. Und das ist das, wie ich eigentlich gerade aufgestellt bin. Schön. Diesmal, also im Check-In hätte ich jetzt, wenn wir noch im Check-In wären, würde ich jetzt noch mehr dich spiegeln. Das machen wir jetzt in dieser Folge, in diesem ganzen Setting nicht so sehr. Ich würde es eher aufgreifen als kleines Foreshadowing oder, Gott, wie nennt man das denn auf Deutsch? Cliffhanger sagt man auf Deutsch. Cliffhanger sagt man auf Deutsch. Cliffhanger oder, sagen wir mal, Prognose oder Vorhersehung für die Folge. Ich glaube, dass wir heute zwischen diesem in Ruhe miteinander schwingen und ganz viel Lebendigkeit. Ich glaube, das wird sich heute meiner Meinung nach sehr viel zeigen und ich bin total gespannt, wie wir damit die ganze Zeit am Jonglieren sind. Und wir weder das eine noch das andere irgendwie halten müssen oder so, sondern es darf sich einfach ergeben. Cool. Ich würde sagen, lass uns mit dem Gegenstand starten. Für die alle, die vielleicht jetzt neu sind, also wenn du gerade zuhörst oder zuschaust und noch nicht, keine einzige Folge gesehen hast, Tillmann wird jetzt einen Gegenstand zeigen, den ich auch noch nicht kenne. Und das wird unser Anknüpfpunkt sein, um so ein bisschen mehr auf Herzebene zu kommen, ins Spielen zu kommen. Tillmann ist das gewohnt oder du bist das ja gewohnt, Tillmann, weil du aus der GFK-Szene kommst. Da ist das ja ein fundamentales Prinzip. Aber nicht jeder, der zuhört oder zuschaut, kennt das schon. Und deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, wie wir mit diesem Auf und Ab uns dem Gegenstand und dir nähern. Schön. Also, was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht, bevor ich es zeige, vielleicht kurz von wem dieser Gegenstand kommt. Und dann zeige ich es gleich. Es ist so, dass wir in so einem mehrstöckigen Reihenhaus wohnen und über uns wohnt ein älteres Ehepaar. Und es ist so, dass wir die, wie es auch ist, Nachbarschafts-Miteinander dringt sich ja auch ab und zu um Pakete. Und es war so, dass als Svenja und ich noch nicht zusammen gewohnt haben, eine Zeit lang ich immer mal wieder über das Wochenende auch dann bei ihr in der Wohnung war oder mit irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs war. Und so kam es, dass halt irgendwie in irgendeinem Paket mal am Freitag geliefert wurde und ich aber am Montag, dann Nachmittag kam und relativ stürmisch in meine Wohnung gegangen bin, irgendwas sortiert habe. Und dann hat es geklingelt. Und dann war diese Nachbarin von oben da. Mit einem Paket in der Hand. Gerade noch so am Apfel aufessen. Und meinte so, sag mal, warum holst du denn dein Paket nicht ab? Ich habe dich doch gerade gesehen. Und ich war voll im Modus. So richtig so ein bisschen von der einen Sache in die nächste gekommen. Und ich war wirklich im Kopf woanders. Und war so, Mann, gleich geht irgendwas los. Und ich habe gerade keine Zeit zu erklären, warum ich das Paket nicht abgeholt habe. Und warum bringst du mir das Paket? Also meine ganzen inneren Stimmen waren so, jetzt gib mir halt das Paket oder fahrt halt, bis ich es hole. Ich habe es doch auf dem Schirm. Aber jetzt, warum unterziehst du mir denn jetzt hier so eine Maßnahme, mich zu fragen, wieso ich das Paket nicht abgeholt habe? Und ich habe gemerkt, dass aufgrund dessen, dass ich im Kopf so völlig woanders war, ich überhaupt nicht den Kontaktversuch gesehen habe, sondern irgendwie dachte, wie das halt so ist, wenn man mit Wolfsohren außen oder mit Schuldohren außen hört, ey, was würdest du denn jetzt hier von mir? Und habe dann das so halt wegmoderiert und gemeint, ja, mein Gott, ich hätte es auch so geholt, aber danke, jetzt ist es ja da. Ich habe das Paket entgegen genommen, Tür zugemacht. Und wenn man nicht aufpasst, dann schmeißt man seine Nachbarn und seine Nachbarin ja in irgendwelche Schubladen. Und für mich war dann die Dame von oben die Frau, die apfelkauenderweise mich fragt, warum ich mein Leben auf die Art und Weise lebe, wie ich es eigentlich lebe. So, es war aber nicht so wichtig. Und wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns weiter gegrüßt, aber es war, sie war unbewusst in dieser Schublade gelandet. Momo wurde geboren und irgendwann, also man grüßt sich, man guckt mal in den Kinderwagen rein und so. Und irgendwann war es so, dass Momo, dass sie wieder geklingelt hatte. Und ich war so, diesmal haben wir, glaube ich, keine Pakete vergessen. Ich glaube, wir haben auch keine bestellt. Sie hat aber trotzdem ein Paket in der Hand. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und dann macht sie das Paket auf und lächelt so richtig. Die hatte diesmal auch keinen Apfel im Mund. Und hat so richtig gestrahlt und dann hat sie gezeigt, guck mal, was ich euch gekauft habe. Oh mein Gott. Das ist ein kleines, rosafarbenes, megakuscheliges, so mit Vlies, innen ausgestattetes Pulloverchen für Momo mit Minimaus drauf. Es ist wahrscheinlich das einzige rosane Ding, weil wir beide voll Lust haben, nicht immer Momo als Frau, Momo Marie heißt unsere Tochter, sie nicht so als Mädchen zu deklarieren. Deswegen ist es wahrscheinlich wirklich mehr oder weniger das einzige rosafarbene Ding, was ihr bei uns sehen werdet. Aber ich fand das so nett, weil die Schublade natürlich direkt so aufgesprungen ist und wie so mit LED-RGB-Beleuchtung angefangen hat zu blinken, so, ah ja, die schon wieder. Also unbewusst oder so die innere Stimme. Und dann war das so nice, dass sie einfach sagt, hey, und wir wollten doch unbedingt euch auch endlich was schenken und sorry, dass es so lange gedauert hat. Und hier ist dieser kleine Anzug. Darunter gibt es auch noch so Hosenbeine für, auch in so einem kuscheligen Vlies. Und jetzt gerade in dieser Übergangszeit, wo es immer kälter wird, hat sich das voll häufig an und wir genießen das und ja, das ist dieser Gegenstand, weil er mir vor allem gezeigt hat, wie, naja, um mal wieder GFK-Worte zu benutzen, wie wenig lebensdienlich diese Schubladen sind, in denen wir Leute möglicherweise reinstecken. Und ich war so überrascht über dieses Geschenk. Und ich war so glücklich und wir grüßen uns weiterhin. Aber dieses Mal, wenn wir uns jetzt so treffen, ist aufgrund dieser Begebenheit das so ein bisschen herzlicher und so ein bisschen freundlicher, wie wir miteinander sind. Und jetzt gerade, wo ich mit der Spreche erinnere ich mich, dass wir dieser Tage ein Polaroid-Foto machen wollen mit Momo in diesem Anzug, um sie zurückzuschenken. Ja, also das ist so der Gegenstand, den ich mitgebracht habe, der mir erstaunlich viel bedeutet tatsächlich. Danke erstmal, dass du den mit uns teilst. Ich frage jetzt mal auf eine ungewohnte Art, das passiert meistens nicht im Podcast, aber ich glaube, an dieser Stelle ist es sehr sinnvoll. Und zwar, ich bin noch so ein bisschen im Überlegen, kannst du den Gegenstand nochmal, also den Pullover nochmal hochhalten? Genau, meine Frage lautet, der bedeutet dir viel. Und jetzt ist so die Frage, ist es der Gegenstand selber? Also wenn du den Gegenstand anschaust, gibt es zum Beispiel das Bild da drauf. Die Mini-Maus zum Beispiel guckt so ein bisschen nach oben. Also meine Frage lautet, hast du auch eine Reaktion oder hast du es ins Herz geschlossen aufgrund des Gegenstands an sich? Oder geht es wirklich hauptsächlich um die Geschichte, die du mit dem Gegenstand verknüpfst? Ja, es geht hauptsächlich um die Geschichte. Also wenn ich das Ding anfasse, ist es auch fluffig und kuschelig. Und ich mag voll selbst gerne fluffige, kuschelige Sachen. Und es ist auch voll schön, wenn Momo fluffige, kuschelige Sachen hat. Auf den Gesichtsausdruck von ihr habe ich tatsächlich noch nie geachtet. Danke fürs Aufmerksam machen. Nee, es geht um die Geschichte. Es geht um diesen Überraschungsmoment. Wow, ohne dass ich sonderlich zu ihrem Leben wissentlich beigetragen habe, gibt es einfach eine Nettigkeit, eine Freundschaftlichkeit, eine Nachbarschaftlichkeit. Und zwar ohne, dass ich was ernte, sondern sie säht ja damit was. Und ich glaube, es gibt so eine Idee bei mir, man braucht immer erst mal was reingeben, bevor man was zurückbekommen kann oder überhaupt so. Und ich glaube, das ist das, was ich damit vor allem verbinde und was ich auch mit Familienleben verknüpfe. So dieses, man ist halt einfach da und kriegt ab und zu, gibt man was, ab und zu nimmt man was, ab und zu kriegt man Geschenke. Aber es ist für mich nicht so gewohnt, Geschenke zu bekommen, einfach nur, weil ich da bin. Ja. Oder dass wir Geschenke bekommen, in dem Fall ist es ja Momo. Aber trotzdem, es ist so dieses, gerade bei Kindern oder bei so kleinen Kindern, Alter, egal, wer im Raum ist, Momo ist auch so jemand, die einfach alle immer anstrahlt. Aber so dieses, dass da was zurückkommt, dass sie so angelächelt wird, dass wir als Eltern, dass ich als Vater so angelächelt werde, einfach nur aufgrund, dass wir da sind, dass die da sind, ist, ich glaube, das ist das, was mich so auf dieser Geschichtsebene so berührt, dass ich merke, ey, es braucht gar nicht immer ein Input. Manchmal kriegt man auch einfach sowas. Und da würde ich nämlich tatsächlich gerne nachfragen, weil das habe ich eben schon gedacht, als du angefangen hast zu beschreiben, im Moment, als sie dann vor der Tür stand mit dem Paket in der Hand und du dachtest, Moment, wir haben gar nichts. Dann hast du an einer Stelle, du hast ja auch viel darüber gesprochen, ja, wie schnell das passieren kann, dass man einen in den Schubladen packt und dann wird man überrascht. Ich würde gerne nochmal den Fokus setzen auf, wie war das in dem Moment, als du gemerkt hast, die tut hier gerade auch was für dich, für mich persönlich, ohne dass ich da irgendwas für gemacht habe. Kannst du nochmal, ich zögere, weil ich aus unserer Vorgesprächung weiß, dass, also ich bin mir nicht sicher, ob ich dich fragen darf zum Beispiel, wo du was im Körper spürst. Deswegen, ich bin gerade so ein bisschen, ich jongliere gerade viel, was frage ich, was frage ich nicht. Du darfst mich immer alles fragen. Und ich, also ich könnte jetzt so wieder weitersprudeln, aber ich kann dich auch noch eben deine Frage zu Ende stellen lassen. Oder ich frage anders. Ich würde gerne nochmal gucken, ob wir nochmal das Jonglieren hinkriegen zwischen Sprudeln und dann nochmal ganz zu spüren, was passiert bei dir auf ganz tiefer emotionaler Ebene, wenn es, du hast ja davon im Moment gerade gesprochen, hey, du bist es eigentlich gewohnt, oder du bist es nicht gewohnt, dass du einfach etwas bekommst, weil du da bist. Und da vielleicht nochmal kurz hinzublicken, also was ist das für ein Blümchen, was ich da zeigen darf bei dir, wenn du das merkst, wow, ich kriege da gerade was. Ich habe nichts getan dafür irgendwie, außer dass ich hier halt wohne. Also es ist, es ist, das Erste, was aufkommt, ist, dass ich, und das hängt wahrscheinlich alles damit zu tun, während wir gerade mit dem Fahrstuhl so ein bisschen tiefer gehen. Der erste Gedanke, der mir jetzt kommt, ist, naja, es ist ja auch eigentlich nicht mein Geschenk, ist ja für Momo. Und der zweite Gedanke ist so ein, und das ist aber das Kostbare, wo die Blume tatsächlich so ein bisschen aufgeht, ist dieses, ich gehe ran mit der, also ich mache die Tür auf mit der Erwartung, Huch, wer ist denn da? Und mit der Erwartung, etwas abzuarbeiten. Also sowieso, das ist, glaube ich, ganz häufig so, du, dass ich den Eindruck habe, es gibt jetzt hier etwas zu tun. Na, es gibt, die Tür geht auf, und es gibt jetzt etwas zu tun. Es gibt jetzt die Nachbarin, in ihren Bedürfnissen zu verstehen, und das so wegzumoderieren, dass man mit einem Lächeln sich dann trennt, und weiterhin harmonisch, vielleicht sogar manchmal scheinharmonisch, weiter koexistiert, ohne dass man sich gegenseitig nervt. So, das heißt, ich gehe mit dieser inneren Einstellung rein, so, was denn jetzt, wie kann ich jetzt ihr verklickern, dass beim nächsten Mal das Paket auf jeden Fall sich nicht belasten wird, und wie kann ich dazu beitragen, dass ihr Leben durch mich keine größere Belastung ist, obwohl wir im selben Haus wohnen, bezogen auf die Nachbarin. Und ich glaube, so diese Art der Denke, könntest du, wenn man auf mich, wenn man meine Blaupause nimmt, meinen Filter, meine Brille, mit der ich durchs Leben gehe, dann werde ich den Herausforderungen des Lebens, egal in welchen Bereichen, tendenziell so begegnen. Was kann ich tun, damit die Bedürfnisse der anderen möglichst gut erfüllt werden, in der Hoffnung, dass dadurch ich auch gesehen werde, als jemand, der zumindest gut Bedürfnisse sehen und erfüllen kann, und deswegen vielleicht auch ein bisschen Thumbs up abbekommt. Und zu bemerken, dass dieser Mechanismus mit so leichten Kleinigkeiten auch wie ausgehebelt werden kann, dass es gar nicht erst ein, ich erkenne deine Bedürfnisse, oder ich vermute deine Bedürfnisse, und hoffe, Wege zu finden, und so weiter, sondern eher geht es darum, es geht eigentlich um gar nichts. Es ist einfach so, ich bin jetzt da, mache die Tür auf, und dieses Blümchen entsteht dann, wenn ich merke, oh wow, hier gibt es gerade keine Anforderungen, keine Bitte, sondern hier gibt es wie so ein Danke. Und das ist, dass es Danke in dieser Welt gibt, ohne dass man dafür etwas getan hat, sondern einfach nur, weil man da ist, weil man drunter wohnt, weil Momo da ist, weil sie ist wie sie ist, die macht jetzt wirklich nicht so viele Dinge bewusst, und trotzdem lächelt sie halt die Nachbarin an, wenn sie da ist. Das ist für mich wirklich was, was so wie so die, die Art und Weise, wie ich meine Landkarte gemalt habe von der Wirklichkeit. Das ist so eine Facette, die in meiner Landkarte kaum vorkommt, dass es einfach so Nettigkeiten, Freundschaftlichkeiten gibt, ohne dass man davor etwas für die Bedürfnisse der anderen getan hätte. Und was ich merke in diesen Jahren, neben den ganzen Umbrüchen, die ich schon gesagt habe, ist, dass es schon, und du hast mich nach körperlichen Reaktionen gefragt, in dem Moment, also wenn ich auf einer körperlichen Ebene probiere zu spüren, wie ist denn das, wenn dieses Weltbild ich probiere zu vermuten und kriege vielleicht etwas danach, dann ist das schon krass mit einer Anspannung im Rücken verbunden. Dann ist das schon eine krasse, krasse Anspannung, hier generell groß zu sein. Dann ist es wie so ein, also es gibt auch eine Öffnung, aber es ist eine angespannte Öffnung. Und bei dem anderen ist es so ein, also dieser Moment, der auch an der Tür passiert ist und den ich mit diesem Gegenstand verbinde und den es auch in mehreren anderen Momenten in meinem Leben gibt, nur nicht so bekannterweise, oder kriege ich nicht so richtig mit, das ist halt irgendwie entspannter, das ist halt so voll gelöst. Und es gibt halt hier, vor allem in dieser Synaplexus-Region, oder wie so eine Öffnung und so ein, ach schön, ich merke, dass ich so richtig entspannter werde und so. Und also das ist dieser Zustand, mit dem ich eigentlich viel lieber durch die Welt gehen würde. Weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber ich habe probiert, beim Sprudeln ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Und wenn es nicht, und wenn du mehr sprudelst, ist es auch okay. Denk dran, jetzt in der ersten Hälfte, du musst nicht meine Fragen beantworten, sondern eigentlich geht es darum, dass ich dich begleite. Also ich will dir auch nicht zu viel vorgeben. Ich fand gerade etwas total cool. Ich würde gerne nachfragen, wenn ich darf. Oder wenn ich nochmal spiegeln darf. Und zwar, ich dachte gerade in dem Moment, als du darüber gesprochen hast, hey, da ist jemand, der auch jetzt einfach mal Danke sagt oder mir was gibt und keine Anforderungen an mich gestellt sind. Was mir so als Bild vorkam, kann das sein, dass du vielleicht manchmal so diese, ich weiß nicht, ob es nicht Verzweiflung, aber so eine Bitterkeit hättest, weil, was ich bei dir raushöre ist, natürlich machst du das. Du gibst ganz viel, du guckst auf die Bedürfnisse von anderen und erwartest dafür ja nicht irgendwie was, sondern für dich ist klar, du möchtest die Welt zu einem schöneren Ort machen, dass sich alle besser verstehen. Und in diesem Moment, als die Nachbarin vor dir stand, dachte ich gerade so, das ist, kann das sein, das ist wie so ein Aufgehen, ich bin nicht allein. Es gibt noch andere Menschen, die das auch wollen. Die, Also ich weiß nicht, ob ich das an meiner Nachbarin festmachen würde, aber so die Nachbarin als Beispiel für dieses, oh, es ist ja auch möglich, dass Menschen einander sehen, ohne dass eine der beiden Parteien schon mal was reingegeben hat. Das auf jeden Fall. Also du, wenn du so diese Sehnsucht nach mehr Miteinander in den Fokus stellst, dann wäre das sozusagen eine Tat des Miteinanders, des Miteinanders statt Gegeneinanders. Also Gegeneinander wäre, ey, wer nervt wen, wie lange mit welchen Paketen und wie lange ist einem noch was zuzumuten? Wolfswelt und Giraffenwelt wäre eher so ein, ey, ich habe euch auf dem Schirm und hier ist eine kleine Geste dafür. Ich habe deswegen auch nachgefragt, weil ich mir zwischendurch nicht ganz sicher war, wenn du sagst, wow, ich sehe jetzt gerade, dass das möglich ist und du hast in einem anderen Satz, meintest du ja auch, dass du selber auch eigentlich oft so eine Anspannung hast, dass du irgendwie ganz viel geben willst, ganz viel reingeben willst, dass du versuchst, ganz viel auf die anderen zu schauen. Wenn du magst, ganz ehrlich und offen, wenn du auf dich selber blickst mit deiner Einstellung, würdest du denn, würdest du da auch sagen, dass du, dass du gibst, ohne etwas zurückzu erwarten? Tja, also wenn ich, wenn ich, wenn wir mal die, die gewaltfreie Kommunikation in ihren Fundamenten angucken und das ist ja die, die vielleicht Methode oder auch die Lebensausrichtung, die Haltung, mit der ich mich in den letzten Jahren halt vor allem beschäftigt habe, dann ist es ja immer dann leicht, freigiebig zu geben, wenn man vertraut, dass die eigenen Bedürfnisse auch zählen und wenn man das freiwillig tun kann, oder? Und ich merke schon, dass es bei mir so ein Sicherheitsding ist, mir selbst Sicherheit zu schenken, wenn ich weiß, es geht jetzt erstmal um die anderen und dann kann ich sozusagen, wenn die nicht weiter mögen, also Freiwilligkeit ist eh gegeben, weil die brauchen ja nicht weiterreden und aber so dieses, dass meine eigenen Bedürfnisse zählen, das habe ich halt nicht. Aber was ich sehr wohl habe, ist, dass ich so die Hoffnung habe, dass die anderen Menschen, mit denen ich arbeite, mit denen ich lebe, bemerken, dass ich deren Bedürfnisse auf dem Schirm habe. Das heißt, diese beiden Freiwilligkeit eh gegeben, aber ich kriege halt, wenn ich wenig von mir gebe oder preisgebe und das war in den letzten Jahren wirklich ein Thema, dann habe ich halt kein Vertrauen aufbauen können in die Beziehung, dass meine Bedürfnisse auch zählen, weil ich nicht den Mut hatte, mich mit meinem Kram zu zeigen und es hat mir mehr Sicherheit zu geben, einfach eher den Scheinwerfer meine Aufmerksamkeit auf die anderen ausgerichtet zu halten. In der Erwartung, dass die mich dann, wenn es mir so und so geht, auch schon sehen werden und ich gehöre absolut zu den Leuten, die sagen, ja, ich bin schon ein bisschen enttäuscht von meinem, also mit dem Augen zwinkern, aber ich bin schon enttäuscht von meinem Kumpel, dass der nicht nachgefragt hat, als ich gesagt habe, also letzte Woche, meine Arbeitswoche war eigentlich ein bisschen zu viel. Was soll ich denn noch sagen, außer eigentlich ein bisschen zu viel, dass völlig deutlich wird, dass ich überarbeitet bin und dass ich gerade eine Umarmung brauche. Also ich bin absolut jemand von denen, die mega viel den anderen überhäufen mit Empathie, im Freundeskreis und selber aber nur so Minifizien an Türöffnungen machen, in der Hoffnung, dass irgendwann einer gesehen wird. Und je mehr du Erfahrung machst, dass du nicht wirklich benennst, dass du nicht wirklich greifen kannst, was du brauchst. Und bei mir war es halt wirklich so, ich wusste gar nicht genau, was ich brauche. Ich merke nur, ich habe irgendwie ein bisschen Empathie, ein bisschen Austausch, aber ich konnte auch ganz lange gar nicht begreifen, was Empathie ist. Für mich war das auch immer so etwas wie etwas, was mir nicht zusteht oder so, einfach weil in meinem Weltbild das so war, dass ich das halt für die anderen gemacht habe. Ich war Klassensprecher und ich hatte die Bedürfnisse der anderen auf dem Schirm und wenn man mal ein Thema hatte, ist man zu Themen gegangen und so, weißt du, das war schon immer so mein ganzes Leben und deswegen war es voll schwer für mich zu greifen, so dieses, naja, damit du darauf vertrauen kannst, dass deine eigenen Anliegen in einer bestimmten Beziehung auch gesehen werden oder wichtig sind, braucht es halt, dass du zumindest ein bisschen mehr als diesen Mini-Hauchtürspalt aufmachst. Und das ist etwas, was ich in den letzten ein, zwei Jahren so wirklich auch immer mehr getraut habe, mich mit verschiedenen, so wo ein Ort mit Menschen, wo ich mich wohlgefühlt habe, das eben auch ein Stück weit mehr zu machen. Und ich merke jetzt, dass dadurch so dieses Ganze, das, was wir in der gewaltfreien Kommunikation die Schleife der Acht nennen, also dass es nicht nur bei dir einmal der Scheinwerfer der Aufmerksamkeit hinkommt, sondern danach auch wieder zu mir und wir dadurch, wie so das Unendlichkeitssymbol mit der liegenden Acht miteinander haben, in dem wir immer wieder an den Punkt uns treffen und in Kontakt kommen. Also eigentlich war eigentlich nur so ein Null oder so ein Irgendwie, weißt du, weil ich habe ganz viel bei den anderen geschaut, aber bei mir selber war so, braucht es gar nicht. Und ein sehr, sehr spannendes Feedback habe ich vor ein paar Jahren von einer Freundin bekommen, mit der ich auch damals zusammengearbeitet hatte, die sagte, also Tilman, du scheinst immer so ausgeglichen, so fröhlich, so in dir ruhen, so lebendig zu sein. Ich dachte, ich kann gar nicht mit dir befreundet sein. Und das war einer der ersten Momente, wo ich wirklich zulassen konnte, auch mal so ein bisschen wie so Berührtheit in Form von kurz mal Pipi in die Augen zu bekommen, weil ich gemerkt habe, fuck, ich brauche unbedingt Freunde und ich brauche unbedingt, wenn du Bock hast, gerade mit mir ein bisschen zu chillen, mal abends ein Bierchen zu trinken, wie gerne würde ich das machen? Aber aufgrund dessen, wie kontrolliert ich für die anderen da war, habe ich einfach wenig Kontakt bekommen mit dem und habe sehr viel Kram mit mir alleine ausgemacht und war überfordert, mich zu zeigen oder es auszuhalten, wenn jemand anders mal seinen Scheinwerferdicht auf mich gehalten hat. Ich bin nach wenigen Minuten häufig früher in Humor gegangen oder in Sprüche und so, weil ich das nicht ausgehalten habe, dass jemand anders seine Zeit mir widmet, weil mein Weltbild ja war, ey, ich bin dafür da, die Bedürfnisse anderer zu erkennen und zu erfüllen. Und wenn andere das mit mir machen, hatte ich kein Vertrauen, dass dadurch Verbindung, Verständnis, Resonanz entsteht, sondern dass dadurch eher die Zeit der anderen Person vergeudet ist, weil ich ja gerade ein Problem bin. Und das ist, glaube ich, was, was mich super, super, super lange auf einer inneren Ebene ziemlich einsam gemacht hat. Und ich glaube, mit dieser Hintergrundgeschichte bedeutet diese Situation, ich glaube, wenn man sich angewöhnt hat, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken und ich habe mir das, glaube ich, 20 Jahre angewöhnt, so zu denken, wie ich es gerade beschrieben habe und die Welt tendenziell so zu lesen, dann ist das einfach überraschend und schön, wenn sowas passiert, was mit dem eigenen Weltbild nicht in Einklang kommt und was trotzdem wahr ist. Und es ist wahr, dass dieser Pullover hier gerade ist und es ist wahr, dass der einfach ein Geschenk war, ohne Widerhaken und ohne Danke, weil ich was reingegeben hätte, sondern einfach so. Ich würde sogar die etwas provokante These reingeben. Vielleicht kam er sogar besonders deswegen, weil du nichts reingegeben hast, nur so als Idee. Ja, das kann sein. Ich hatte nämlich gerade, als du über die liegende Acht gesprochen hast, dachte ich so, also erstmal finde ich es unglaublich spannend, ich sehe ganz viele Parallelen zwischen uns und das Bild, was ich dann hatte, als du über die Acht gesprochen hast, ich hatte gedacht, so wie du, wie der Tilma normalerweise die Tür aufmacht und anfängt, so wie Lametta die halbe Acht die ganze Zeit so um einen herumzubinden und zu hoffen, wenn genug gemacht wird, dann kommt irgendwann ein Schwenk zurück. Das Bild hatte ich gerade so im Kopf. Das ist der Antreiber gewesen. Ja, genau. Für alle, die gerade zuhören und denken, ey, das mache ich auch ein bisschen so, ist nicht so hilfreich. Also bei mir hat dieser Weg nicht so funktioniert, wie ich es mir gewünscht hätte, im Sinne von Verbindung, Resonanz, Gemeinschaft, miteinander. Ich finde, das ist ein gutes Thema, wenn wir nachher in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr unsere Fachhüte aussetzen. Könnte ich mir vorstellen, wenn du Lust hast, dass wir da noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Genau. Ich schreibe immer fleißig ein bisschen mit. Ja. Tilman, passt es für dich soweit zu deinem Gegenstand? Du hast auch einen Gegenstand mitgebracht. Ich habe auch einen Gegenstand. Da würden wir mich jetzt einmal switchen. Sehr gerne. Genau, und gucken mal, wo wir hinkommen. So, und jetzt muss ich hoffen, ey, wenn ich den schon mal hatte, ich habe eben noch geguckt, ich habe keine Liste, wo ich mir notiere, welche Gegenstände ich schon hatte. Ich komme irgendwann, glaube ich, durcheinander. Ich muss mal ganz dringend mit Verzeichnis halt legen. Also, ich hoffe, dass ich sie noch nicht vorgestellt hatte. Ansonsten, wer merdet ihr merken, wie wichtig mir der Gegenstand ist. Ich sage nicht viel dazu, es braucht keine große Vorgeschichte. Kannst du es sehen? Ich mag es sogar eigentlich, wenn meine Gäste kurz erzählen, was sie sehen. Dann wird es noch ein bisschen Ich sehe sehr flache Lederschuhe mit einer ziemlich dünnen schwarzen Sohle und schwarzen Schnürsenkeln. Ganz, ganz leichter Absatz haben die schwarzen Schuhe und sie sehen, also sie sind so eine rote Farbe, so ein ziemlich dunkles Weinrot und sie sind vorne ziemlich, so wie so, als seien sie viel getragen worden. Sie sind so ein bisschen abgewetzt, man sieht so ein bisschen die Farbe abblättern, vor allem an dem oberen Rand, so an der vorne dran, da sind sehr, sehr viele so Verfärbungen ins Orange oder ins Lederfarbene, ins Braun rein. Richtig. Hast du eine Idee, was das ist? Was das für Schuhe sind? Das sind keine normalen Schuhe. Ich glaube, es sind Tanzschuhe. Das sind meine Tanzschuhe, richtig. Genau. Die habe ich jetzt, glaube ich, acht Jahre oder sieben Jahre schon. Ich glaube, acht und die sind so abgenutzt, weil das sind meine einzigen Tanzschuhe, die ich seitdem habe und eigentlich fast jedes Mal nutze. Vielleicht vorweg, für diejenigen, die sich wundern, damals war ich noch nicht Vegetarier. Heutzutage würde ich sie mir nicht mehr holen, wegen des Leders. Mhm. Genau. Ja, und ich habe mir keinen Plan gemacht. Ich habe noch nicht die Geschichte genau. Also ich weiß natürlich, dass die mir unglaublich wichtig sind und dass ich die viel nutze, aber ich weiß noch nicht genau, wieso ich mir die für heute genommen habe, um darüber zu sprechen. Ja, doch, eigentlich weiß ich es schon. Na dann, hau raus. Ja. Das ist wie eine Art, die bis vor kurzem hätte ich gesagt, das ist ein Dilemma, das ist ein Paradox, was ich jetzt erzähle und jetzt ist es aber, es ergibt mir Sinn, nämlich, huu, das wissen noch nicht so viele, das wird jetzt auch nur temporär sein, aber ich werde nächstes Jahr in Q1 und Q2, also im ersten Halbjahr von 2023, mit dem Tanzen, also für die, die es nicht wissen, ich bin auch Tanzlehrer seit ganz, ganz vielen Jahren für Salza, Bacata und Kisomba und habe bis jetzt aktuell, glaube ich, seit 16, 15 Jahren unterrichtet, fast ohne Pause und es ist das erste Mal, dass ich für ein halbes Jahr Abstand davon nehme. Ich pausiere mit dem Unterrichten höchstwahrscheinlich komplett. Ich werde weiterhin tanzen, aber ich werde nicht unterrichten und das Paradox ist, dass ich normale, also früher hätte ich gesagt, Moment, mir ist das Tanzen so unfassbar wichtig und alle, die mich kennen, wissen es auch, dass ich, ich gehe so im Tanzen unglaublich auf und ich habe aber gemerkt, dass Unterrichten, da gehe ich gerade nicht mehr drin auf und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, warum das eigentlich so ist. Spannend, was du eben alles erzählt hast, ich kann so viel, glaube ich, jetzt anknüpfen, weil, also nicht, was du eben, sondern im Check-in erzählt hast, was jetzt, was natürlich nie mehr mitbekommen habe, weil wir leider vergessen hatten, vielleicht es einfach mal aufzunehmen, wäre wahrscheinlich ganz gut gewesen, nämlich mit dem genügend Zeit gerade für die Dinge haben, die einem wichtig sind und ich merke gerade persönlich, dass ich an sich gerne unterrichte, aber wenn ich unterrichten möchte, möchte ich mir wirklich Zeit dafür nehmen, ich möchte gut vorbereitet sein, ich möchte mich sicher fühlen, ich möchte, früher hätte ich gesagt, ich bin so ein Perfektionist, jetzt würde ich sagen, nee, Dinge, die mir wichtig sind, ich weiß, wozu ich fähig bin, wozu ich in der Lage bin und ich mag es überhaupt nicht, wenn ich aus Grund von Zeitgründen oder Energiegründen dahinter zurückbleiben muss. Und das ist gerade mit dem Tanzen und dem Unterrichten gerade tatsächlich so. Und spannenderweise habe ich mich nicht davon verabschiedet, sondern für mich ist es wirklich so ein richtiges Pausieren. Und bis vor noch ein, zwei Jahren war ich stark in diesem von, irgendwas stimmt nicht, weg damit. Und ich suche was anderes. Ich war immer so auf der Suche und ich habe viel, da komme ich eigentlich zu dem großen Thema, dass wenn etwas unangenehm geworden ist früher, dass ich so im Ganzen oder gar nicht gewesen war. Ich konnte schwer aushalten, dass etwas gerade vielleicht unbequem ist oder gerade nicht so richtig läuft. Und ich habe schnell, ich war auf der Suche nach was Neuem. Und das hat sogar meine gesamte, meine Jugend und mein Heranwachsen als Student hat sich davon geprägt. Ich habe ständig, ich habe immer Leuten erzählt, ich habe eine 180-Grad-Wende gemacht. Ich studiere jetzt nicht mehr Informatik, sondern ich mache jetzt Lehramt und ich gehe tanzen. Und ich habe ständig 180-Grad-Drehungen gemacht, weil ich immer dachte, ich muss mich neu erfinden und ich muss mich neu erfinden und ich muss immer wieder, ich weiß nicht, wo ich hin musste, aber ich habe immer gedacht, da, wo ich gerade bin, reicht nicht. Und wenn ich mir diesen Tanzschuh nochmal anschaue, der steckt für mich, also wenn ich den sehe, also ich habe überlegt, ob ich das Rote mal erneuere, es gibt so Stifte, womit man das auffrischen kann und ich merke, nee, will ich gar nicht. Ich möchte, dass man sieht, dass der benutzt wurde, dass da Erfahrung hinter steckt, weil in mir steckt ganz viel Erfahrung, auch wenn ich die manchmal nicht sehe, aber an sich weiß ich halt einfach, dass ganz viel Erfahrung in mir drin steckt. Ja. Das ist so verrückt, weil ich habe auch, ich habe den Wunsch nach Ruhe und Ausgeglichenheit, ich habe aber auch den Wunsch nach Ausflippen und krass loslassen und abgehen manchmal will ich, ich will mir oft nur eins von beiden erlauben und ich weiß nicht, wie beides gleichzeitig gehen kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe manchmal so diesen Wunsch oder diese Sorge, eigentlich den Wunsch, vorhersehbar zu sein für alle, entweder bin ich der Ruhige und ich bin der Flippige. Aber am liebsten würde ich dahin ständig wechseln dürfen, ohne dass ich mich dafür erklären muss. Und ich habe aber so diese Angst, dass mein Umfeld damit nicht klarkommt. Weil ich Zeiten in meinem Leben hatte, wo mein Umfeld damit nicht klarkam. Oder zumindest, wenn ich jetzt versuche, ein bisschen offener zu blicken, ich habe das geglaubt, dass mein Umfeld damit nicht klarkommt. Ich habe gar nicht richtig getestet, ob sie damit klarkommen. Ich habe relativ schnell gesagt, okay, dann lieber nicht, dann entscheide ich mich für eins. Also ich glaube, es gab mit 13 oder so, habe ich den ruhigen Modus angemacht. Und das, was ich vorher hatte, wuh, 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 habe ich komplett gekehrt und war nicht mehr wieder zu erkennen. Ja. Und das ist etwas, was ich in den letzten ein, zwei Jahren jetzt auch durch Corona noch mal gemerkt habe, dass das die eigentliche Herausforderung für mich gerade ist. wie geht das, beides zu erlauben, darin wechseln zu dürfen, ohne dass ich mir ständig Kopf mache, was halten die anderen davor und kommen die anderen damit klar. Weil komischerweise oder spannenderweise erlebe ich eigentlich schon, dass es sogar einfacher für die anderen ist, wenn ich nicht so sehr versuche, nur eine Seite zu zeigen. Die gute alte Authentizität. Ja, nur das ist ja so schwierig, also das ist ja das Schlagwort, was auch überall verwendet wird. Und ich mich manchmal denke, weiß eigentlich irgendjemand, was das genau ist? Also nicht nur, was das ist, sondern wie man das für sich persönlich wirklich macht. Ja, ja. Also ich habe seit Jahren struggelig damit rauszufinden, für mich, was heißt das eigentlich, dass ich authentisch bin. Ja. Ja. Und das Schöne ist, bei diesen Schuhen alleine schon, wenn jemand die sieht, also alle wissen immer, dass ich das dann bin, weil ich bin der Einzige, der diese roten Schuhe hat und das ist so mein Wiedererkennungsmerkmal, definitiv. Darf ich in meinen Worten so ein bisschen wiedergeben, was hier angekommen ist, hier drüben? Gerne. Also hier drüben kommt an, dass diese Tanzschuhe und auch so gerade dieses abgewetzte Tanzschuhe eine schöne Kontinuität ist. Also zu sehen, dass die so abgewetzt sind, da braucht es ja sieben, acht Jahre Leben von Tanzen oder wie dranbleiben oder sowas. Und da im Tanzen, das ist meine Fantasie, lebst du eine bestimmte Art von Bewegung, von Aufdrehen, von diesen Qualitäten von Yeah, im Moment sein und Spaß und Bewegung und so aus. Und diese Qualität hältst du bei und die wird ja auch in dem Q1 und Q2, 23 weiter da sein. Und was aber hier drüben angekommen ist, ist so eine Welle von, ich nenne es mal Unsicherheit, was mit dir passiert, wenn die Rolle Tanzlehrer für eine Zeit pausiert wird. Und vor allem wie das ist, wenn man sie pausiert und nicht, wenn man sie an den Nagel hängt, sondern wenn man sich einen Moment Zeit gibt, wieder Raum zu bekommen, um zu schauen, legt sich da was und möchte ich dann wieder mit einer neuen Freude angehen. Und was hier drüben auch ankommt, ist eine sehr deutliche Klarheit, dass es auch Pausen und nicht nur Hü oder Hott geben kann. Und dass es aber auch sowas gibt wie, dass es vielleicht auch bestimmte Zeiten gibt, wo man liebgewonnene Sachen für einen Moment auch loslassen darf. In der Hoffnung, vielleicht sogar in dem Vertrauen, das große Wort, weil vor allem Unsicherheit hier drüben angekommen ist, aber wie es im Vertrauen, dass es vielleicht auch noch andere Arten und Weisen gibt, wie du einerseits Ruhe und andererseits aber auch Wildheit planbar in dein Leben bekommst. Das ist echt spannend oder verrückt, weil ich habe sofort bei zwei Sachen bin ich, sind meine Ohren spitz geworden. Bei dem ersten war gewesen mit dieser Unsicherheit, was passiert, wenn ich jetzt pausiere und ich denke mir gerade eher so im Gegenteil. Eigentlich, was ich gerade versuche, mehr auszuheben, ist so dieses Vertrauen von, egal wie lange ich gebraucht habe oder ich fange unsicher an. In meinem Kopf habe ich ganz lange gehabt, wenn ich jetzt pausiere und ein halbes Jahr später zurückkomme, die alle werden doch sagen, ja, was willst du hier denn noch? Du bist doch weggegangen. Also diese Sorge von wegen, nur weil ich eine Pause nehme, werden dann die anderen Tschüss sagen und mich nicht mehr haben wollen. Also bin ich noch willkommen, wenn ich für mich eine Pause mache und gut für mich sorge. Verstanden. Ja. Weil ich war es, ich bin seit 10, 12 Jahren es gewohnt, nee, seit 16 Jahren bin ich es gewohnt, quasi auch Tanzlehrer zu sein und immer der Tanzlehrer auch zu sein und da stecken so viele Sachen auch zwischenmenschlich mit hinter. Und das andere ist, das will ich noch mal ein bisschen betonen, ich glaube einer der Gründe, wieso ich gerade auch jetzt pausiere ist, weil ich für mich noch mal herausfinden will, ist wie ich das Flippige, aber vor allem auch das Ruhige in meiner Tätigkeit im Tanzen unterbringen kann. Ich struggle seit, seit ich mit GFK angefangen habe, struggle ich damit, wie ich, wie ich das, was ich da erlebt habe, im Tanzen irgendwie in eine Form zu verleihen. Weil es gerade bei uns in der Szene ganz viel Richtung bam, bam, bam und mehr und schneller und höher und noch mehr Drehungen und Figuren und ich merke, mir ist eine Qualität im Tanzen wichtig, die geht in eine ganz andere Richtung. Ich kann das andere auch, aber da, wo ich richtig drin ausgehe und wo auch die Leute nachher sagen, wow, was war das denn gerade? War das Tanzen? Da ist eine Magie, wo ich immer noch nicht so genau weiß, wie ich die... Nee, es geht tatsächlich eigentlich um folgendes, das ist so... Jetzt kommst du. Ja, ja. Das ist ein riesengroßes Thema in mir und da bin ich nämlich gerade ganz mittendrin und ich will gerade gar nicht zu sehr in Details, weil dann verfange ich mich in Details. Ich glaube, ich will es auf den Punkt bringen, wenn ich sage, ich pausiere als Tanzlehrer, damit zum Beispiel auch gemeint, Internet auftritt, heutzutage, wir sind halt auf Social Media ganz viel aktiv und was ich damit eigentlich meine ist, dass ich gerade rausgehe aus dem System von alle um mich herum, drehen gefühlt irgendwie auf, posten ganz viel, machen Kurios und wenn ich mich tanzen sehe, das ist jetzt so ein Bummer, ich sehe mich tatsächlich nicht so gerne selber tanzen und zwar nicht im Sinne von, so wie die meisten sich halt nicht so gerne angucken beim Tanzen, sondern ich merke richtig, wenn ich zu sehr versuche, irgendwie bestimmte Bewegungen oder bestimmte Power beim Tanzen nachzuahmen, dann fühle ich mich damit eigentlich gar nicht richtig wohl. Ich weiß aber auch in der heutigen Welt, dass das oft ist in unserer schnelllebigen Zeit, was so die Klicks erzeugt und was die Leute irgendwie aufmerksam gelassen wird und meine Qualität, die ich habe, da weiß ich noch nicht genau, wie ich die auch nach außen hin irgendwie ausdrücken kann. Genau, und das umfasst alles Mögliche, das umfasst den Tanzunterricht selber, das umfasst den Auftritt nach außen, das umfasst Gespräche mit dir zum Beispiel und ich habe überhaupt keine Antwort, aber was ich weiß ist, ich brauche erstmal ein bisschen Distanz, um das für mich irgendwie herauszufinden. Und was ich höre, ist, dass du einfach sehr deutlich spürst, ohne zu wissen, wie der Weg genau weitergeht, dass es jetzt ein Einkugeln gibt, so wie ein Moment der Einkehr, des mit sich in Kontakt kommens. Das ist das Schönste gerade, was du, das Passendste, was du gesagt hast. Dieses im Kontakt mit mir selber sein, das erlaube ich mir oft nicht, wenn so der Alltag irgendwie läuft, da bin ich gar nicht so sehr im Kontakt mit mir und dann finde ich keine Antworten, dann kriege ich keine Ideen und dann macht es nicht klickrichtig und ich funktioniere gefühlt irgendwie nur noch. Ja. Und ich glaube so, was ich dazu noch jetzt nochmal sagen will, was mir nochmal aufgefallen ist, dass ich aber auf jeden Fall noch merke, dass auch diese Unsicherheit, die ist sehr stark noch verankert. Also ich merke, das dauert noch ein bisschen, bis ich die loslassen kann. Ja. So wie ich im Check-In auch gesagt habe, wir müssen jetzt gerade ganz viel auf den Check-In Gefühl zurückgehen, dass ich nämlich auch merke, ja, ich habe oft so diese Tendenz irgendwie auch zu liefern, indem ich Größe zeige. Liefern, liefern, liefern und das habe ich auch, diese Angespanntheit. Du hast sie, glaube ich, eher im Rücken gehabt, richtig? Ja. Genau, und ich habe sie eher in diesem Bereich. Ein. Vorne. Genau. Ja, und jetzt werde ich auch das nächste halbe Jahr mich einfach mal hinsetzen und gucken. Ich bin gespannt, was du so tun wirst. Freundin sagt immer, man kann nicht nichts machen. Wenn man so fragt, was machst du gerade? Nichts. Man macht immer irgendwas und ich bin so gespannt zu hören und vielleicht kriegen wir ja so ein bisschen was mit hier auch in der Community, was in der Zeit so kommt. Bestimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich davon einiges wahrscheinlich auf Patreon teile, weil ich noch nicht so genau weiß, ob das so auf dem YouTube-Kanal selber immer passt, wenn ich irgendwie abseits von Kommunikation und meine eigenen Themen anspreche. Weiß ich mal, muss ich mal gucken, aber ich denke mal, da wird sich eine Möglichkeit finden. So, Tillmann, wir haben gerade eine kurze Verschnaufpause gemacht. Ich würde sagen, wir gehen einmal rüber in die zweite Hälfte, wo wir noch mal ein bisschen mehr über mögliche Themen sprechen, die aufkamen. Ich habe mir eine lange Liste an Stichpunkten gemacht, aber gleichzeitig bin ich auch total gespannt, ob du was hast, wo du sagst, da würdest du gerne noch mal inhaltlich thematisch drüber sprechen, gerne. Sehr gerne und zwar vor allem mit dem Blick aus diesem Handwerkszeug der gewaltfreien Kommunikation geblickt. Ja, also eben gerade also bei einer letzten, vorletzten Satz, den du gesagt hattest, als du mit deinem Gegenstand dran warst und wir so ein bisschen im Austausch waren, war, ich habe was gesagt mit sich selbst in Kontakt kommen und dann sagtest du, ah, das ist jetzt eigentlich das Schönste, was du gesagt hast. Das ist, was es am meisten trifft oder so. Und ich möchte so gerne einfach ein paar Leuten, die zuhören, Druck nehmen, weil wir haben hier einen speziellen Bereich der Kommunikation, die, glaube ich, im Alltag nicht bei allen Menschen unbedingt andauernd praktiziert wird. Ich arbeite hier ganz, ganz viel mit. Ich brauche gerade zwei Schleifen, ich bin gleich da. Alles gut. Ich arbeite ja ganz viel mit Menschen zusammen, die irgendwie beruflich miteinander kommunizieren, sich gerne an Absparung halten wollen und es gibt so diesen Gedanken, Problem erkannt, Problem gebannt und wenn wir die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation angucken, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, bitte, dann haben wir bei Problem erkannt meistens die Beobachtung, also eine Analyse der Situation. Genau, da will ich einmal kurz einhaken, weil nicht unbedingt jeder, der jetzt diese Folge hört, sich schon gut mit gewaltfreier Kommunikation auskennt. Falls du dir gerade zuhörst oder zuschaust, merkst, oh Gott, wovon reden die gerade? Ich habe zum Beispiel ein Einführungsvideo gemacht auf meinem YouTube-Panal, da kannst du das in Ruhe dir auch nochmal angucken und falls du jetzt sagst, ist aber spannend genug, bleib einfach dran und kannst du nachher gucken und alle anderen wissen ja Bescheid, wovon du redest. Also nur als Reminder, es ist ja kein richtiger GFK-Podcast, das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass jeder schon die Methoden genau kennt. Genau, okay. Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis bitte. Wenn wir bei diesem Problem erkannt, Problem gebannt bleiben, was man manchmal auch Lösungsorientierung nennt, dann bedeutet das, dass wir erkennen, auf einer Ebene von, auf einer Sachebene, was ist denn hier eigentlich gerade los, was sind vielleicht, und dann auf einer Bittenebene, okay, was bittest du jetzt dich selbst oder jemand anderen jetzt zu tun, also was konkret kann man jetzt machen, damit der Sollzustand schneller erreicht wird. Und wenn wir jetzt hier miteinander reden, dann haben wir den Fokus, also dann haben wir ein Beispiel, in dem Fall deine Tanzschuhe und die haben natürlich, jetzt weniger sind die ein Problem, noch sind die eine Lösung, sondern was wir hier in dem Podcast vor allem machen, ist ja, dass wir probieren, mithilfe von Gegenständen oder Geschichten aus dem Leben oder so, Dinge benennen, die eher im Innenleben stattfinden und die inneren Elemente der gewaltfreien Kommunikation, Gefühle und Bedürfnisse sind so ein Stück weit unser Handwerkszeug, unser Versuch, Dinge zu greifen, warum eine Wichtigkeit da ist. Also auch wenn du sagst, ey, Problem, erkannt, Problem gebannt, dann ist es halt so, dass das nur deswegen ein Problem ist, weil bestimmte Gefühle dich darauf aufmerksam machen, dass der Drucker gerade der ist und dass du ein bestimmtes Bedürfnis hast, das wichtig ist, zum Beispiel in dem Fall Verbindlichkeit oder Fluffigkeit, Leichtigkeit in der Arbeit und nur wegen dieser inneren Elemente Leichtigkeit in der Arbeit oder Absprache einhalten oder was weiß ich und weil du das nicht hast, gerade, gibt es ein bestimmtes Gefühl, vielleicht zum Beispiel Ärger und dieses Gefühl weist aus unserer Sicht einfach nur auf dieses Bedürfnis hin, aber viele Leute lesen halt, wenn sie zum Beispiel sich ärgern, dass der Ärger entsteht, weil jemand anders etwas nicht getan hat auf die Art und Weise, wie ich es mir gerne wünsche und dann kommst du halt rum mit, du hast ja schon wieder nicht den Drucker nachgefüllt, was erlaube und problemlösungsorientierte Menschen würden es vielleicht einfach selber tun und sagen, mein Gott, was brauche ich das ansprechen, Hauptsache Druckerpapier ist wieder drin und was mir halt gefällt, ist, dass wir in dieser Art des Gesprächs eher in Kontakt kommen wollen mit den inneren Elementen, Gefühlen und Bedürfnissen und für das ungeübte Ohr klingt das sehr wie wenig lösungsorientiert, weil wir damit ja irgendwie diese inneren Elemente angucken und was interessiert mich denn, warum da Druckerpapier rein soll, was interessiert mich denn, ob du jetzt Verbindlichkeit brauchst oder Leichtigkeit, tatsächlich ist der Punkt, dass diese inneren Elemente überhaupt erst sozusagen die subjektive Bewertung geben, auf warum uns manche Dinge guttun und andere nicht und für mich liegt, die allermeisten Gespräche sind halt eher in dieser Problem-Erkannt-Problem-Gewand-Situation, auch wenn wir über Beziehungsthemen sprechen, dann machen wir daran fest, ob du ja oder nein zu meiner Kine-Einladung sagst, eigentlich habe ich vielleicht einen Wunsch nach Gemeinschaft oder Verbundenheit mit dir und fühle jetzt diese Bedürfnisse abgelehnt, wenn du nein sagst und kriegst das irgendwie, also ganz, ganz viel reden wir über Bedürfnisse, obwohl wir eigentlich über Dinge sprechen. Was ich jetzt faszinierend finde, ist, dass wenn man jetzt irgendwie Lust hat, sich eher auf Gefühle und Bedürfnisse auszurichten und eine Lust hat und eine Sehnsucht hat, irgendwie das mal auszuprobieren, in der Hoffnung darüber, in Kontakt zu kommen, dann kann es ja sein, und bei mir war es auf jeden Fall so in meinem Lernweg, 2015 habe ich ja angefangen mit gewaltfreier Kommunikation, da habe ich gedacht, okay, alles, was Menschen tun oder alles, was Menschen bewegt, bewegt sich aufgrund von irgendwelchen Bedürfnissen. Und jetzt ist es ja so, als du eben gerade, jetzt komme ich zurück zu unserem Gespräch, wir haben ja eine längere Zeit und ich habe auch ab und zu ein bisschen was gesagt, was ich so vermute, worum es vielleicht gehen könnte, welche Bedürfnisse ich so durchscheinen hören habe und so weiter. Und ganz am Ende hast du dann gesagt, ey, das am Ende, das war eigentlich am schönsten. Und ich möchte einfach die Menschen, die hier gerade am Start sind, zuhören und vielleicht Stress haben mit, was passiert denn, wenn ich jetzt probiere, so auf dieser Ebene zuzuhören, dieses empathische Zuhören machen, aber die andere Person sagt gar nicht, dass es schön war oder sagt erst nach 20 Minuten, dass es schön war, war das davor denn nicht schön? War das denn, habe ich davor falsche Sachen gesagt? Und was ich halt an diese Menschen oder auch an mich von vor acht Jahren richten kann, ist, ey, es geht null um die Worte, weil es geht eher um so einen Blick auf die andere Person und es geht eher darum, einfach mit dem zu sein, was die andere Person gerade erlebt. Also, wer bin ich hier in einem Podcast, wo Andreas und ich ein bisschen miteinander sprechen, zu sagen, ja, also übrigens Tanzlehrer, folgendes ist die Lösung für dein Problem und der beste Wege, wie man Selbsteinkehr macht, ist das und das und hast du schon mal Saunagänge probiert und kalt duschen, ist voll geil. Das wäre eher so wie dieses Problem. Problem, ich weiß nicht, wie ich zwei Quartale ohne Tanzlehrer sein, ja, das ist aber gar kein Problem, sondern was gerade passiert ist, dass anhand der Tanzschuhe und dem, was jetzt in Andreas Leben die nächsten zwei Quartale geplant ist, wir benennen eher in diesen empathischen Gesprächen, was da gerade Sache ist. Bei Beschäftigen und Bewegen tut es dich ja eh, Andi. Und an der Stelle zu sagen, ey, ich bin einfach nur wie so ein Spielpartner, der gerade Worte benennt, um das in Worte zu fassen, was eh da ist. Dadurch erzeugen wir meistens auf diese Art des Zuhörens, so ähnlich wie Zuhören wie Momof in der Geschichte von Michael Ende, diesen Moment, dass man sich halt verstanden fühlt und dass sich in einem was legt und sich was sortiert. Und das Verrückte ist, ist, dass meistens, wenn man in Kontakt mit dem ist, worum es geht, man viel schneller gute Wege und Lösungen findet. Aber die Ausrichtung ist halt nicht eine Problemlösungsausrichtung, wenn wir dieses empathische Zuhören machen, sondern es ist halt vielmehr so ein, wir hören mal hin und benennen in Worten, was die andere Person wohl gerade erlebt. Aber nicht, um es zu verändern, sondern um es zu benennen. Und deswegen wollte ich nur eben an alle da draußen und auch an mich selber einfach mal eben sagen und feiern. Das kann sein, dass am Ende jemand sagt, das war jetzt das Schönste. Und es ist ganz normal, wenn man miteinander spricht und so von hier und nochmal ein bisschen tiefer und was war denn da noch los, dass am Ende wird es natürlich mehr treffen als am Anfang. Einfach, weil wir ein bisschen mehr Sortierung, ein bisschen mehr sich gelegt haben, erlebt haben. Ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen, wenn man Sachen anguckt, die einen bewegen, dann ist man wie so ein Wasser, das hatten wir im Check-in schon, den ihr nicht gehört habt. Das fiese ist, dass es den auch nirgends zu hören gibt. Das ist richtig fies. Das haben wir wirklich nicht aufgenommen. Wenn man jedenfalls so ein Glas, so ein Schneeglas, oder, wo man so den Brust, den schüttelt und wenn einen was bewegt, wenn man über etwas spricht, was einen bewegt, was einen vielleicht schüttelt, muss auch keiner positiv einschütteln. Dann legt es sich mit der Hilfe der Sprache und dieser Ausrichtung irgendwann. Und je mehr es gelegt, desto mehr es sortiert ist, desto mehr wird man sich in sich selber verstanden fühlen. Und deswegen keine Sorge vor der Reaktion von anderen und auch wenn ihr was auf dieser Bedürfnissprache anbietet und die andere Person sagt, yo, weiß ich nicht, kann ich nicht so viel mit anfangen, dann sagt ihr eigentlich, das ist es nicht, aber wie gut, weil jetzt kann ich in die andere Richtung weiterdenken. Aber das sagen die halt nicht. Und deswegen keine Sorge vor Nein und vor, ey, nee, das ist es nicht. Oder vor, oh, jetzt am Ende war es dann voll super. Das heißt, dass dieser ganze Weg ja einfach miteinander in Verbindung war. Das ist der Punkt, den ich gerne mitteilen wollte. Der Punkt oder meinst du die zwölf Punkte? Ich habe probiert, einen Punkt draus zu machen, aber möglicherweise bin ich von Nöchstien auf Stöckstien gekommen. Du bist nicht von Nöchstien auf Stöckstien gekommen. Für jemanden, der sich tief quasi sich damit beschäftigt, ist das ein großes Ding. Es stecken einfach ganz viele Elemente mit drin. Und mein Vorschlag wäre, dass ich noch mal so ein bisschen sortiere und vielleicht auch noch mal zwei, drei Sachen dazu packe, wo ich sage, da sehe ich auch noch mal einen Fokus dran. Feuer frei. Okay. Ich glaube, als erstes würde ich noch mal aufgreifen, unabhängig davon, wie gut man sich jetzt mit irgendwelchen Schritten auskennt in der GfK und zu wissen, okay, wie komme ich von meiner Beobachtung zum Bedürfnis, zu dem Gefühl, zur Bitte. Ich glaube, du hast an einer Stelle etwas gesagt, da würde ich sogar ein bisschen provokieren, mal ins Reinwerfen und zwar, wenn es um diese, in diesen Satz geht, Problem erkannt, Problem gebannt, dann würde ich behaupten, die eigentliche Schwierigkeit liegt darin, dass wir glauben, dass das Problem der Drucker ist, obwohl das Problem tiefer liegt. Das heißt, wir sind im Alltag gewohnt, Probleme zu haben, die eigentlich nicht die eigentlichen Probleme sind. Und wir sind aber gewohnt, wenn wir sagen, ich bin problemlöser orientiert, dann würde ich sagen, du bist eigentlich strategielöser orientiert. Es gibt ja in der GfK auch so als Begriff oft, dass du auf Strategieebene versuchst, durch die Gegend zu gehen. Das heißt, egal, welche tiefliegenden Bedürfnisse du dir wirklich hast, zum Beispiel, ich will gesehen werden, ich möchte Leichtigkeit haben, all die wunderbaren Begriffe, die ja unglaublich viel für uns selber bedeuten können, individuell, haben wir gelernt, okay, der Drucker muss irgendwie gefüllt sein, ich muss rechtzeitig meinem Chef irgendwie Bescheid geben, ich muss gucken, dass wenn jemand ein Paket abliefert und schlecht gelaunt ist, dass ich ihm irgendwie die Laune verbessern muss. Das sind alles einstudierte Strategien, die wir mal gelernt haben, um unsere eigentlichen Bedürfnisse zu erfüllen. So sage ich das gerne. Und jetzt muss ich gucken, dass ich den Faden kriege. Wenn jemand mir sagt, Problem erkannt, Problem gebannt, würde ich ja sagen, Strategie erkannt, eine Strategie gebannt. Aber ist das wirklich das eigentliche Problem gewesen? Nein, weil komischerweise, obwohl ich den Drucker einmal befülle, so richtig hilft das unter Umständen nicht an dem Problem zum Beispiel, dass ich mich trotzdem ständig aufrege darüber, dass der Kollege den Drucker nicht nachfüllt. Ja, aber ich kann es ja machen, wenn es nur darum geht, dass der Drucker voll wird, dann kann ich das machen. Aha, es geht gar nicht darum. Es geht nicht darum, dass der Drucker voll ist, sondern es geht darum, ich möchte Unterstützung, haben auf der Arbeit. Ich möchte, dass die Kollegen sehen, dass mir zügiger, effizienter Ablauf wichtig ist. Und ich glaube, jetzt ist so der springende Punkt, und das erlebst du bestimmt ja auch mit deinen, mit deinen Klienten. Wir haben oft so diesen Glauben, dass diese tiefe Komplexität mit, in der Auseinandersetzung mit uns im Beruflichen keinen Platz hat, weil es zu viel Zeit kostet. Und zu komplex ist und dann wird man zu persönlich und zu privat. Und ich denke dann immer, Leute, ihr checkt schon, dass 90% aller Probleme, die ihr beruflich habt, nicht mit den Problemen zu tun habt, die ihr seht, sondern mit dem ganzen Zeugs, was ihr nicht mit an den Tisch holen dürft. So wie du es eben so schön gesagt hast, so vieles lässt sich so schnell auflösen, wenn man wirklich weiß, um was geht es hier eigentlich wirklich. und das würde ich zum Beispiel auch gerne mitnehmen, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Wir schwingen miteinander, es geht darum, eigentlich den Raum zu halten, unabhängig davon, ob ich zum Beispiel erraten kann, was du genau möchtest. Ja, ich würde auch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, wenn der Raum da ist, wo du einfach sein kannst und ich nicht versuche, dein Problem zu lösen, dass die Chance höher ist, dass ich dich besser verstehe. Ich würde sagen, aber der zweite Punkt ist einfach, wenn du für dich besser etwas verstehst und du hast es eben so schön gesagt, ich weiß jetzt, was es nicht ist und jetzt kann ich woanders weiter gucken und das erlauben wir uns in der Regel oft im Alltag einfach nicht. Wir sind halt einfach auf einer sehr hohen mentalen Ebene unterwegs und da gibt es halt oft nur irgendwie zwei Lösungen für ein Problem und als du, als wir bei meinen Schuhen waren, die Lösung war wo ganz anders, als man normalerweise wahrscheinlich vermuten würde und das ist so eine, eine Aufmunterung oder Ermutigung für alle, dass ich finde, diese Auseinandersetzung mit sich selber und diesen tiefen Kontakt zeigt einem nochmal, wie facettenreich wir als Menschen sind und wie unterschiedlich wir Bedürfnisse erfüllt bekommen wollen und das, das ist ja ein krasse Anspruch an sich selber zu glauben, ich müsste für jeden irgendwie eine Lösung finden, dann müsste ich ja die ganze Bandbreite von menschlicher, von menschlichem Ausdruck der Bedürfnisse irgendwie verstehen, nein, natürlich nicht, ich kenne ja nur so einen ganz, ganz kleinen Punkt und ich finde das, mir gibt das immer, mir hilft das unglaublich auch zu entspannen, wenn ich weiß, ich muss hier nicht den Anspruch haben, auf der Ebene irgendwie Lösungen zu wissen, ich kann Stufe zurückgehen und einfach nur gucken, um was geht es denn jetzt hier wirklich gerade und eigentlich nur den Raum geben, dem anderen zu ermöglichen, selber da hinzukommen. Ja. Ja, genau. Und natürlich, diese ganzen Methoden und Schritte, die können helfen, das heißt, es gibt schon bestimmte Werkzeuge, die man abarbeiten kann, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, also zum Beispiel, ich sehe das manchmal sehr kritisch, wenn GfK so sehr in den Fokus gesetzt wird, wir haben da unser Werkzeug und dann abarbeitet man das und dann kommt man schon, kommt man schon wohin. Und ich habe es in meiner Ausbildung zum Beispiel auch so gelernt, und unsere Trainerin, die Caro, ich glaube Folge, Nummer habe ich vergessen, die war auf jeden Fall auch schon im Podcast, die Caro, die länger, die hat das immer so schön gesagt, die hat das immer als Tanz, hat sie das beschrieben, dass wir zwischen diesen Schritten und her tanzen, dass es nicht darum geht, die abzuschließen, sondern eher sich bewusst zu machen, spüre ich gerade ein Bedürfnis von mir oder bin ich gerade schon wieder, verhacke ich mich irgendwo? Bin ich gerade wirklich im Gefühl oder bin ich eher im Gedanken? Und ich finde, diese innere Sortierung hat mir unglaublich geholfen, viel klarer zu sein im Außen. Was möchte ich? Wie möchte ich das? Wo andere manchmal sagen, huch, du bist aber sehr direkt. Ja, ja, weil ich weiß halt, um was es mir wirklich geht und das hilft mir ungemein, viel klarer nach außen zu kommunizieren, was ich gerne hätte. Genau. Mensch, ich wollte mich auch kurz fassen und das ist echt nicht so einfach. Ich habe einen Impuls, bevor wir vielleicht bei dir auf die Stichpunktenliste gucken, weil ich liebe diese, du hast mich gerade gefragt, wie ich das sehe mit den Schritten und so. Also ich habe, für mich ist mittlerweile sehr klar, dass das eine Art und Weise ist, sich auszurichten in Gesprächen oder auch in Selbstgesprächen, also in Denkprozessen. Und genauso wie du es gesagt hast, es ist voll hilfreich zu wissen, bin ich gerade, wo bin ich denn gerade, wo verorte ich gerade, wo sortiere ich mich denn gerade hin? Sind das eher Gedanken, sind das vielleicht sogar Bewertungen, sind das irgendwie eher Gefühle? Und wenn wir sowieso das Handwerkszeug kennenlernen, dann können wir halt mit all diesen Dingen, wir sortieren die ja andauernd ein, ist das jetzt ein Gefühl oder ein Bedürfnis oder ein Gedanke oder ein bewertender Gedanke und richtet der sich jetzt nach innen oder nach außen? Und wenn man all diesen Kram aber einmal für sich sortiert hat und auf einmal sowieso die Leitplanken hat, die einem hoffentlich dienlich sind, in Kontakt zu kommen mit dem, worum es eigentlich geht. Und das ist dann auf einmal auch gar kein Problem mehr, sondern es ist auf einmal, also ja, es ist ein Problem, dass das und das ist, aber dann am Ende komme ich für mich damit raus, was es braucht oder was ich brauche. Und die Erwartung ist, wenn ich gut für mich gesorgt habe, dann ist es voll leicht, mit anderen in Kontakt zu kommen. Oder anders gesagt, andere Menschen haben ja genau dasselbe. Andere tun ja auch Dinge und sagen Dinge in der Hoffnung, meistens unbewusst, bestimmte Dinge damit in die Welt zu bringen oder sich selbst zu erfüllen oder zum Leben anderer beizutragen. Und es ist gar nicht so einfach, KPU zu machen, konsequent positive Unterstellungen, aber es ist super hilfreich. Und weil wir gerade sehr viel in diesem Gespräch einfach so in diesem empathischen Raumhalten-Moment waren, möchte ich nur eben benennen, dass wir das Ganze auch anwenden können in viel kürzeren Bereichen. Also gewaltfreie Kommunikation ist ein wunderbares Werkzeug, sich zu sortieren, mit sich in Kontakt zu kommen, mit anderen in Kontakt zu kommen, sich kennenzulernen und so weiter. Und es gibt aber auch andere Bereiche, die ziemlich fix gehen können. Also Beispiel, was ich vor zwei, drei Wochen hatte, einfach nur um einmal zu sagen, wie dieselbe Handwerkszeug auch ad hoc helfen kann, bestimmte Situationen auf eine bedürfnisorientierte Art und Weise zu lösen, ohne dass vielleicht Ärger entsteht, der leicht entstehen kann. Stellen wir uns vor, da ist gerade ein Müllauto, das gerade in der Einfahrt wendet und weil die Menschen in der Einfahrt ein Stück weit nah geparkt haben, gibt es voll die Schwierigkeit, für dieses Müllauto zu drehen, man mag nirgendwo anstoßen. Jetzt magst du gerade, also ich, durch diese Einfahrt durchfahren und komme da gerade nicht durch, bin ein bisschen hektisch unterwegs, weil ich zu irgendeinem Termin mag und jetzt sehe ich, dass dieser Mensch da gerade Schwierigkeiten hat. Also wenn die erste Variante wäre, ich bin ärgerlich, weil ich möchte ja meine Verbindlichkeit haben und mag gerne frei, also die Wahlmöglichkeit haben, rauszufahren, wann ich möchte. Also es geht mir um Verbindlichkeit dem Termin gegenüber und Freiheit, mich zu bewegen, wie und wo ich es möchte. Und weil das gerade durch den Laster, der da gerade durch die Mülltonne, Mülltonnen, in der BSR hier in Berlin, da gibt es so lustige Sprüche, die da drauf stehen, auf diesen Müllautos. Wie auch immer jedenfalls dreht er und dann ist es so ärgerlich und dann stinkt man so vor sich hin, hinter ihm so so, Mann, mach hinne und so. Und gleichzeitig ist die Person, die gerade da drüben den Laster steuert, die hat ja auch bestimmte innere Erlebnisse gerade. Und ich kann das nur vermuten und ich habe so still gedacht, boah, vielleicht ist die gerade genervt und hätte auch gerne sich frei zu bewegen, wie es geht und brauche vielleicht gerade Unterstützung, um zu gucken, wie man um die Ecke kommt. Und jetzt kann ich natürlich da sitzen bleiben und voll krass mit meinem Ärger verbunden sein und meinem Wunsch, Freiheit zu haben. Und ich habe, vielleicht gibt es ja auch andere Strategien, als da zu sitzen und zu warten und innerlich Bewertungen zu haben, dass die Personen, die die Autos eingestellt haben, das war bla bla bla. So, was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, boah, vielleicht braucht die Person Unterstützung. Und ich bin ausgestiegen und bin da hingegangen und habe gemeint, sagen Sie, wird es Ihnen helfen, wenn ich Ihnen eben da weise. Und die meinten so, ja, voll gerne. Dann war es innerhalb von kurzer Zeit gelöst und fertig ist. Und das Ganze ist, natürlich kann ich da sitzen und sagen, machen Sie doch mal hin. Oder ich stehe auf und winke und mache schneller oder oder. Und aber so dieses, was man jetzt sagen könnte, mein Gott, Tillmann, Problem erkannt, Problem erkannt, also Strategie gesehen, Strategie gelöst. Ja, ja, aber das Wichtige ist, was unterhalb des Eisberges passiert. Und wenn wir praktizieren, gewaltfreie Kommunikation oder Bedürfnisorientierung, wie ich es lieber nenne, mit anderen, aber auch mit uns selbst, aber auch mit anderen zu praktizieren, dann sehen wir auf einmal nicht lauter Idioten, die ihre Autos falsch hinstellen oder einen Lasterfahrer, der hätte in der Straße weiter drehen können, wieso musst du dich hier belasten? Sondern man sieht auf einmal den Versuch von Menschen zum Leben beizutragen. Oder man sieht einfach Bedürfnisse. Das ist so ähnlich wie bei den Sims. Bei den Sims, ich weiß nicht, ob ich das gespielt habe, da gab es immer die Möglichkeit, auf die rauf zu gucken und dann sieht man auf den Bedürfnis leisten, was diese brauchen. An Austausch, an Selbstversorge, an Grundbedürfnissen und leider ist es in der Welt so, dass auf den ersten Blick die Leute nicht solche Anzeigen haben, aber auf den zweiten Blick man sich da reinspüren kann und vermuten kann und im Zweifel sagt er tut halt, ey, yo, ich brauche gerade keine Hilfe, kriege ich schon alleine hin. In dem Fall braucht er Unterstützung und er hat sie so bekommen. Und das Verrückte ist, dass es sich meistens angenehm anfühlt, wenn wir irgendwie die Bedürfnisse anderer auf dem Schirm haben und vielleicht sogar zur Erfüllung dieser Bedürfnisse beitragen können. Wichtig ist mir einfach nur gewesen, ja, wir können tiefgründig miteinander sitzen und empathischen Raum halten, wir können aber auch diese andere Spielart derselben Hintergrundprozesse spielen und ich nenne es empathische Vermutungen machen und einfach ganz fix in Kontakt gehen, stimmt das so, brauchst du gerade das, kann ich gerade beitragen, fantastisch und weiter geht's. Also tiefgründig, aber auch ad hoc und beide Spielarten sind möglich. Das, was unterhalb des Eisberges wir verändern, in der Hoffnung, bedürfnisorientiert zu sein und so bleiben, das braucht ein Stück weit Training und ein bisschen Umschalten im Kopf. Und das ist die wunderbare Überbrückung, beziehungsweise da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil ich habe selber gerade so gedacht, verdammt, er hat recht, jetzt habe ich das irgendwie vergessen, mir ging es nur um das tiefgründig und nicht um das ad hoc und oh, ich muss jetzt noch, muss doch nochmal ein bisschen mehr über GfK lernen. Und dann dachte ich mir, nee, ich glaube, das, was ich eigentlich auch damit nochmal sagen wollte, war, dass ich bei mir gemerkt habe, dass es ad hoc eigentlich dann gut geht, wenn ich es mir selber in mehr Ruhe und Raum schon mal erlaubt habe zu erfahren. Weil ich habe nämlich versucht tatsächlich, als ich mit GfK 2017 angefangen habe, im ad hoc das zu machen, hatte aber eigentlich noch eine andere Haltung. Ja, ja. Und es hat überhaupt nicht geklappt. Das war ganz katastrophal. Und ich habe gedacht, Moment, ich mache doch genau das, was die GfK sagt. Und ich brauchte erstmal das in dem, in dem zu zweit sein, mit mir alleine sein, um wirklich mal zu spüren, was ist das eigentlich für eine Qualität, wenn ich empathisch versuche, auf Menschen zu blicken. Genau. Also, wenn ihr euch quasi fragt, wo fange ich denn an? Ich bin schon, vielleicht dazu sagen, vielleicht erstmal für sich mit mehr Zeit, damit im ad hoc das auch gut funktioniert. Wenn man das direkt nur im ad hoc probiert, dann kann das auch sehr nach hinten losgehen. Ja. Ja, aber ich bin definitiv auch ein Verwechterfreund zu sagen, man trennt das nicht. Weil ich habe auch ganz lange gedacht, ich kann für mich persönlich irgendwie GfK machen, aber sobald ich in der Welt da draußen bin, die böse, böse Welt, man merkt auch schon, was für eine Haltung dann dahinter setzt, da geht das ja nicht. Genau. Mhm. Ich finde das auch spannend. Also, du bist zum Beispiel einer von wenigen Menschen, wenn ich mich auch so mitunterhalte, dass du einfach sehr oft fragst, kannst du mir mal kurz sagen, was du gehört hast? Ja. Und das ist sowas Einfaches, aber ich weiß bei mir selber auch, dass ich mich oft das nicht traue, weil es so ungewohnt ist. Ja. Da wäre mal eine Frage an dich, hast du es einfach gemacht oder bist du da auch durch den Prozess durchgegangen, bis dir das so leicht ging? Oder ging das von vornherein so leicht? Ich habe ziemlich lange gebraucht zu verstehen, dass es diese Frage überhaupt gibt. Ja. Und als ich aber verstanden habe, also, doch, also ich mache das, mir fällt es, ich erinnere mich nicht, wann es mir schwer gefallen ist. Also in dem Moment, wo ich das am Bewusstseinsschirm hatte, dass das auch geht, dann ist es mir von Anfang an leicht gefallen. Oder es gibt eine lustige Geschichte, und zwar ist es so, dass ich 2004, fünf Jahre her, da hatte ich irgendwann mal so einen Bürojob für meine finanzielle Sicherheit. Und da habe ich Verwendungsnachweise geprüft und es ging halt darum, dass die bestimmte Belege zuschicken sollten. Und ich wollte halt, bei der einen Person war ich mir nicht sicher, ob die jetzt die richtigen Nummern aufgeschrieben hatte. Dann habe ich genauso dieses, können Sie mir mal sagen, was Sie mich sagen hören haben. Da habe ich das halt früh, also es war so einer der ersten Versuche, diese Verständnis bitte, ergibt mir mal eine Verständnisquittung zu sagen. Und da meinte die Person, wollen Sie mich eigentlich verarschen? Ich habe es mir doch hier gerade aufgeschrieben. Und dann war ich für mich so, oh no, sie fühlt sich nicht ernst genommen, was mache ich denn jetzt? Ich so, okay, könntest du es trotzdem sagen, es tut mir schrecklich leid, ich wollte sie nicht und so weiter. Und sie so, ja mein Gott, die und die zahlen. Ich so, war doch eine andere. Ich brauche nicht die 69, sondern die 65 oder was auch immer. Und da habe ich den Mehrwert gesehen, es war zwar mega unangenehm, weil die Person erst mal meinte, es war doof, aber das war sozusagen eine der ersten Erfahrungen, die ich bewusst mit dieser, gib mir mal eine Verständnisquittung bitte. Und das hat sich halt gelohnt. Also es war zwar im ersten Moment ein bisschen unangenehm, aber es hat halt sich gelohnt. Ich glaube, deswegen habe ich das abgespeichert als so krass hilfreich. Und was ich halt auch merke, ist, dass ich, wenn ich, ich habe mir tatsächlich unbewusst und mittlerweile kann ich es aber bewusst sagen, antrainiert, wenn ich merke, ich werde ärgerlich oder irritiert aufgrund dem, was andere Menschen tun oder sagen. Und ich so die innere Vorstellung habe, wie die andere Person gerade reagiert, passt eigentlich nicht zu dem, was ich gesagt habe. Dann frage ich, sag mal, was ist denn bei dir angekommen? Also wenn ich merke, beim anderen ist irgendwie was, bei der anderen ist irgendwas, dann sage ich, sag mal, was ist denn bei dir angekommen? Wie du reagierst, mir überrascht mich gerade, ich habe probiert, was Nettes zu sagen, du guckst gerade, als sei dir eine Laus über die Lübe gelaufen, nachher mal raus. Also so ungefähr. Und wenn mir das wichtig ist, gehört zu werden mit etwas, was mir wichtig ist, und es ist, da bin ich erst vor zwei Wochen drauf gekommen, Verständnis bitte, meint ja häufig, kannst du mal in deinen Worten sagen, was bei dir gelandet ist. Und wenn ich aber zum Beispiel gerade frustriert bin und sage, ich bin so frustriert, weil ich mich so auf unser Treffen gefreut hatte und jetzt einfach nichts zu tun hatte in der Zeit und ich so gerne sinnvoll mit meiner Zeit umgehen mag und ich voll Bock habe, in Gemeinschaft zu sein und jetzt hatte ich Bock, mit dir das zu haben und du hast zwei Stunden davor abgesagt, jetzt gerade bin ich überfordert und so. Und dann ist mir vielleicht wichtig, dass die andere Person benennen kann, was bei ihr angekommen ist. Und dann sage ich, kannst du nachvollziehen, warum ich frustriert bin? Also wenn du eine Verständnisquittung einforderst, benenn doch mal dein Gefühl dazu. Kannst du nachvollziehen, warum ich Gefühl habe? Und dann kann die andere Person vielleicht connecten oder dann ist es aus meiner Sicht sehr leicht für die andere Person, damit zu connecten. Insofern, zusammengefasst, als ich wusste, dass es das gibt, erst eine blöde Erfahrung gemacht, aber super gut. Es war halt so sinnvoll und jetzt kenne ich diese beiden Spielarten, die ich gerne mache, weil ich merke, es ist viel leicht, in Verbindung und Kontakt zu sein. Das war's. Als Antwort. Cool, danke. Danke. Und wir wären ja nicht hier in meinem Podcast, wenn wir nicht auch immer wieder das quasi üben würden. Ich merke zum Beispiel bei mir gerade, ich weiß noch nicht genau, ich kann es nicht benennen, aber ich merke, irgendwas hat sich bei mir gerade geändert in der Atmosphäre und wollte dich fragen, ob du das auch mitbekommen hast. Kannst du beschreiben, was so ungefähr, so noch einen Satz sagen, zur Änderung? Ich glaube so ein bisschen, ich habe die Connection zwischen uns so ein bisschen verloren und ich weiß noch nicht genau, warum. Mhm. Ja. Wie ist es für dich? Ähnlich oder anders? Also ich kann ein bisschen was mit anfangen. Mhm. Und ein Teil ist, dass ich schon auch merke, dass irgendwann Svenja und Momo hier reinkommen, weil sie noch was ausdrucken wollen, weil sie später zum Bürgeramt gehen und ich wahrscheinlich innerlich eingestellt bin, dass die irgendwann hier reinkommen. vielleicht liegt es daran. Ja, es hatte so eine leichte, so einen leichten Tick von unter Druck so ein bisschen, ich glaube so ein bisschen Richtung beeilen und zum Beispiel, ich würde dir auch vorschlagen, also mir ist das auch total wichtig und ich glaube auch unseren Zuschauern und Zuschauerinnen und Zuhörern, es ist lieber, wenn wir Zeit haben für die Themen, die wichtig waren, aber jetzt das nicht ewig irgendwie ausufern lassen müssen. Ich hatte zwar noch ein paar Punkte theoretisch in meiner Liste, aber A, sehe ich gerade, dass wir viel davon eh schon übersprochen haben und B, da ging es eher um sowas vielleicht nochmal zu erklären, Wolfsohren, Giraffenohren, aber ich glaube tatsächlich, das braucht hier gerade nicht. Wer das nochmal nachschlagen möchte, macht das einfach, indem er sich ein Video oder so anguckt. Ja, fein. Genau. Ja, wenn du Lust hast, würde ich gerne mit dir so langsam Richtung Abschluss von der Folge kommen. Voll gerne. Ja, sehr schön. Und ich mache das immer so, dass wir am Ende uns einfach nochmal ganz kurz Zeit nehmen und schauen, was war so unser persönliches Highlight denn von der Folge. Das kann theoretisch sowas sein, inhaltlich, das kann vielleicht sein, weil es ein bestimmtes Gefühl gab. Alles frei. Aber wenn du sagen würdest, nochmal, jemand fragt dich nachher, hey, was fandest du irgendwie besonders an der Folge? In ein oder zwei Sätzen, was wäre das für dich, Thelma? Kannst du anfangen? Ja, natürlich kann ich anfangen. Für mich glaube ich, ich fand das, also für mich war es unglaublich schön nochmal zu sehen. Also ich hatte viele, viele, viele Sorgen vor dieser Folge, weil ich ja auch wusste, wie du drauf bist und dass es dir auch wichtig ist, das Lebendige zu haben und auch das Ruhige und ich zwischendurch wusste, okay, ist mein Podcast vielleicht zu ruhig für dich. Ich weiß es nicht. Und ich jetzt aber für mich auch nochmal in dieser Folge gemerkt habe, ja, zwischendurch kam mir vielleicht mal der Gedanke, aber ich konnte damit ganz gut sein, dass wir so verschieden unterwegs auch mal sind und dass wir dann mal, also zum Beispiel jetzt in der, in der Themenbesprechung, als du angefangen hast, dann habe ich nochmal erzählt und ich habe gemerkt, wie schnell ich wurde und wie, wie, wie doch auch angespannt ich das erzählt habe und dann hast du angesetzt und warst auf einmal ganz ruhig. Und der Moment habe ich mir nochmal gemerkt, ah, okay, ich glaube, wir ergänzen uns gerade ganz gut. Also das fühlte sich halt weiter wie ein Spiel an und nicht so, okay, es geht gerade in eine bestimmte Richtung und jetzt verhärt es sich sogar so, sondern, ich kann das so schwer auf den Punkt bringen. Ich glaube, es geht um, mir hat diese Folge nochmal die Sorge genommen, dass wenn ich eine Regung spüre oder gerade merke, es geht in eine Richtung, ich habe sonst immer oft die Sorge gehabt, dass dann die Folge nur noch in der Richtung unterwegs ist, dann ist es eine angespannte Folge oder eine sehr ruhige Folge und ich habe jetzt mit dir nochmal gemerkt, nee, das wechselt sich trotzdem immer mal wieder hin und her und es ist sehr, es bleibt dynamisch. Ich muss nicht diese Sorge haben, dass wenn es anfängt, dass es dann abdriften muss, sondern, ne, wir sind beide erwachsen, wir können beide damit umgehen und ich auch gemerkt habe, auch fand ich zumindest, so habe ich das eingeschätzt, dass auch du das im Blick hattest und das auch aufgelockert hast zwischendurch. Und das fand ich an sich, also es war jetzt nicht ein bestimmter Moment, sondern eher die Spielart, wie wir gemeinsam durch die Folge gegangen sind. Das fand ich besonders heute. Ja. Jetzt frage ich mich gerade, soll ich mal meine Worten zusammenfassen oder soll ich einfach meinen Punkt sagen? Ich würde sagen, jetzt an dieser Stelle sagst du einfach deine Sachen nochmal. Yes. Genau. Mein Punkt, also was ich am meisten mag, ist glaube ich so eine, eine Ringen in diesen, an den Punkten, wo wir gerade so sind, nach den Orten, wo findet Lebendigkeit und Flippigkeit oder wie auch immer statt. Ich nenne es mal Lebendigkeit und wo findet Einkehr und Ruhe statt. Und für mich war das eigentlich nur ein Abbild dessen, was uns eben gerade beschäftigt. Und ich finde das, ja und ich merke auch, dass ich irgendwie Verbundenheit gerade habe in Bezug auf diese Thematik. Wie ist denn das, wenn ich mal austeste, mir Raum für mich zu nehmen? Also was passiert dann? Also was passiert, wenn ich nicht mehr abliefere, nicht mehr leiste, nicht mehr für andere tue, nicht mehr Tanzstunden gebe, nicht mehr so viele Trainings gebe wie bisher? Was passiert denn da? Und so ein Ringen um Vertrauen, also eine tiefe Gewissheit und trotzdem aber auch ein Ringen um Vertrauen, dass das schon gut wird. Ja, das ist glaube ich mein Highlight. Cool. Tillmann, wir haben eine sehr lange, volle Folge gehabt. Wow. Die war sehr geballt. Vielen, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Ja, dank dir. Thanks for having me, wie man so schön auf Englisch sagt. Gerne. And before we close, please share with us, wo kann man dich alles finden? Wenn jemand sagt, wow, ich hätte gerne Lust, mehr über Tillmann zu erfahren oder vielleicht in Kontakt zu treten mit dir, was gibt es aktuell für Möglichkeiten? Vielleicht auch, was du an möglichen Projekten hast, wo man vielleicht mitmachen könnte. Dann wäre jetzt genau deine Bühne, um das einmal zu erzählen. Genau. Tillmann, der gerade probiert, ein bisschen mehr Ruhe und Einkehr zu haben. Welche Bühnen gibt es denn? Also ich, man findet mich unter tillmannkrakau.de Tillmann mit einem L und einem N Krakau wie die Stadt. Also solche Sachen packe ich alles nachher in die Show-Notes. Das heißt, da kann man das dann nochmal nachlesen. Genau, das findet ihr eh unten. Ich habe eine Moderatorinnen-Ausbildung auf Basis von gewaltfreier Kommunikation und systemischem und konsensierend beim Kollegen Markus Castro. Nächstes Jahr in der Nähe von Deinsdorf, in der Nähe von Fürth, also da bei Nürnberg. Wenn ihr Lust habt, wie moderiert man denn auf Basis von GfK? 16-tägige Ausbildung. Das wird mega. Machen wir dieses Jahr auch schon. Ich habe immer wieder Online-Veranstaltungen, Einführungen in die gewaltfreie Kommunikation, Vertiefungen. Naja, und wenn ihr gerade mit Unternehmenshintergrund zuhört, ich bin seit vielen Jahren an Schulen, seit vielen Jahren mache ich vor allem so mit ganzen Abteilungen oder Teams und teilweise auch, wenn ihr so Führungskräfte schicken wollt, mit denen Training daran, wie kann man diese Haltung, diese Bedürfnisorientierung ad hoc und auch mal Mitarbeiterinnengesprächen so hinbekommen, dass wir einander auf dem Schirm haben, auch wenn es stressig wird oder so. Das sind Sachen, die ich viel mache, da könnt ihr einfach so auf mich zukommen. Mediation, Coaching und vor allem auch Trainings für Abteilungen, Führungskräfte im Unternehmenskontext oder ansonsten mache ich immer mal wieder freie Dinge. Ich habe lange eine Abendkursreihe gegeben, einen Kurs in Nein sagen, auch für Paare habe ich Angebote, aber das alles ist gerade nicht klar, wie es weitergeht, weil ich gerade Familienleben so wichtig habe. Guckt einfach auf die Website oder meldet euch zum Newsletter an und dann sage ich euch Bescheid. Perfekt, Dankeschön. Okay, letzte Worte, bevor wir aus dem Podcast rausgehen. Wenn du, lieber Zuhörerin oder Zuschauerin, gesagt hast, wow, das war mega cool. Ich habe vielleicht noch Fragen. Du kannst mich immer gerne kontaktieren. Tillmann hast du jetzt ja auch mitbekommen, wo du ihn kontaktieren kannst. Ich würde mich total freuen über eine Bewertung, wenn du was da lassen kannst, auf welcher Plattform auch immer. Kommentare, befeuert den Algorithmus so gut es geht, einfach damit der Podcast immer weiter größere Reichweite bekommen kann, damit mehr Menschen darauf aufmerksam werden können. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn du sagst, hey, ich finde das richtig cool, Andi, was du machst, du kannst mich gerne auf Patreon unterstützen. Da gibt es verschiedene Stufen mit kleinen Entgegenkommen von mir, Bonus-Inhalte, blablabla, kannst du alles dann auf dem Link finden. Genau. Und dann würde ich sagen, mir war es eine Ehre. Tillmann, vielen Dank, dass du da warst. Ciao, ciao. Cool. Bis dahin, macht's gut an alle. Tschüss. Musik Musik doc'z